Schlag auf Schlag geht das hier. Erst Berlin, jetzt das Saarland. 7,4 Prozent der Wähler wollten mehr Netzpolitiker in Saarbrücken. Die Piraten sind deutlich drin, die FDP sowas von draußen. Überall lange Gesichter, außer bei der CDU. Über Nacht sind vier Systemadministratoren jetzt auf einmal Berufspolitiker geworden. Wie geil ist das? Fragen wir Henning Bartels, Lektor und Autor des Buches Die Piratenpartei. Entstehung, Forderungen und Perspektiven der Bewegung. Griffiger Titel, herzlichen Glückwunsch. Schönen guten Tag, Herr Bartels. Schönen guten Tag. Gestern sahen die Piraten erneut, ich zitiere, den Beweis erbracht, dass Engagement die Gesellschaft verändern kann. Wofür engagieren sich die Piraten? Die Piraten engagieren sich hauptsächlich für Veränderungen. Ursprünglich kommen sie aus der Urheberrechtsgesetzgebung, aber das spielt hier in Deutschland überhaupt keine Reue. Sie sind eigentlich jetzt als Netzpartei angetreten und sie sind, glaube ich, selber auch ein bisschen überrascht von ihrem großen bundesweiten Erfolg. Ist es wirklich nur das Motto, unser Internet soll schöner und bunter werden und niemand möge dann rumfuschen? Ich glaube, das ist eben der Antrittsgedanke gewesen. Momentan ist aber die Partei in eine Rolle gekommen, die sie so nicht vorhergesehen hat und ich glaube, diesen Erfolg genießt sie ganz einfach. Und das hat aber eigentlich nicht mehr mit den ursprünglichen Sachen zu tun. Seit wann, denken Sie, ist eigentlich in der Bundesrepublik diese kritische politische Masse gegeben, die quasi die Piraten wählbar macht? Sie haben das Buch 2009 verfasst. Also wann hat sich sozusagen ein tatsächlich erkläglicher Piratenkern gebildet? Also ich denke, der war eigentlich latent immer vorhanden. Es ist eine Art Wunsch nach einer Alternative, einer unverbrauchten, unverfänglichen Alternative, der eigentlich im bundesdeutschen Wählerpotenzial eigentlich schon immer, hatte schon immer Wählerpotenzial. Jetzt momentan ist einfach die Partei dadurch aufgetreten, dass sie in Schweden ins Europaparlament gekommen ist, dann hat sie in Deutschland gewonnen, dann hat sie in Berlin sagenhaft gewonnen. Dadurch ist sie einfach in eine Situation gekommen, das hatten wir noch nie in Deutschland. Es ist eine Alternative da, die praktisch gewählt werden kann. Die Stimme ist nicht mehr verschenkt. Es ist eine unverfängliche, unverbrauchte neue Bewegung und davon profitieren die Piraten. Klingt aber in Begeisterung durch oder sind Sie so, wenn Sie sachkritisch sind? Ich bin sachkritisch. Verstehe, okay, gut. Jetzt gibt es aber auch netz-nichtaffine Themen, beispielsweise der Piratenpartei, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Geht man jetzt davon aus, keck gesagt, dass LAN-Partys, die zur Untätigkeit privilegierten, schon bei Launach halten werden, damit man sich nicht weiter um sie sozial kümmern muss? Oder was ist das für eine Forderung? Wo kommen die denn her? Was hat die mit dem Netz zu tun? Die hat gar nichts mit dem Netz zu tun. Es ist einfach der Ansatz, sich zu bemühen, ein Vollprogramm zu entwickeln. Und dann fängt man eben klein an und eine der ersten Sachen war eben das in die Richtung gehende Grundeinkommen. Wie passt es denn da beispielsweise, dass in Berlin jetzt gefordert werden soll von Seiten der Piraten, gut, Sie sind hier in der Opposition, dass die Deutsche Oper nicht mehr gefördert wird, weil die viel zu vielen kleinen Kulturunternehmen das Geld wegnimmt? Ich glaube, das ist eben das Problem der Piratenpartei. Da ist eben noch wirklich nicht eine große Linie zu sehen. Man entscheidet sich je nach Sachfrage immer mal neu, mal so, mal so. Das wird eben auch das große Problem letztendlich sein, eine Linie in die Politik zu bringen. Da haben die Piraten noch dran zu knämpfen. Ist das jetzt für Sie eigentlich in Anführungsstrichen Zufall oder ein quasi ein natürlicher Abfolge und Evolutionsprozess, dass die Liberalen nur ein Sechstel der Stimmen bekommen, beispielsweise im Saarland, wie die Piraten? Gibt es da eine inhaltliche Schnittmenge oder gab es die? Es gibt inhaltliche Schnittmengen, weil natürlich jede Partei möchte in Deutschland ja liberal sein. Das ist ja nun eines der wichtigsten Grundvoraussetzungen. Ansonsten ist es, dass die FDP eigentlich eine Quittung bekommen hat für ihre jahrelange Politik. Diese Quittung kann aber der Piratenpartei noch gar nicht gestellt werden, weil sie so neu ist, dass sie noch gar nicht damit in Verbindung gebracht werden. Halt dies eigentlich für einen Kometen, der die Aufschrift Transparenz, Freiheit und Schwarmintelligenz hat oder tatsächlich für eine Erscheinung, mit der wir dauerhaft zu rechnen haben? Wir müssen die nächsten Jahre damit erstmal rechnen. Ganz einfach, auch weil Alternativen fehlen. Was dann in Zukunft passiert, das wird sich dann die Piratpartei selber zuzuschreiben haben. Sie wird an ihren Ergebnissen gemessen werden. Zum Beispiel auch hier in Berlin im Abgeordnetenhaus wird jetzt Politik gemacht und wir werden in vier, fünf Jahren sehen, zur nächsten Wahl, was sie gebracht hat, die Politik. Und dann schauen wir mal, ob die Piraten immer noch so erfolgreich sind. Und Ihre Prognose jetzt für den Mai, wo in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Länderparlamente gewählt werden? Sind Piraten drin? Ja, nein? Ich denke, ja. Mit kleinen Tipp Ihrerseits? Schätzungsweise sechs, sieben Prozent. Gut, dann danke ich herzlich. Die Wahlen erfolgen nach wie vor bei Wahlzettel und nicht per Liquid Democracy. Vielen herzlichen Dank. Das war Henning Bartels, Autor des Buches Die Piratenpartei. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.